Wir haben schon öfters erfahren, dass es bei uns in Österreich viel Rassismus gegeben hat, Antisemitismus und das Gleiche. Und ich persönlich finde, dass das auf keiner Basis beruht oder so. Es ist einfach aus der Luft genommen und wenn man einmal so schaut und sich wirklich mit den Menschen befasst, merkt man, dass wir eigentlich ziemlich gleich sind. Vielleicht sind nur kulturelle Unterschiede mit der Sprache oder so. Aber sobald die überwunden sind und sich mal wirklich mit dem Thema befasst hat, merkt man wirklich, dass das Menschen sind wie wir, wie alle anderen. Und darum finde ich auch wichtig, dass wir etwas dagegen tun, gegen Verhetzung und so. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass die gleich sind. Und ich finde, das können wir nur erreichen, wenn wir gemeinsam auftreten, wenn wir gemeinsam was schaffen. Und darum finde ich das auch wichtig. Gemeinsam sagen wir mehr.